Hi, ich bin Anita Bössner. Ich habe zusammen mit Angelika Graf und Sabine Peenaken Foundation für Liesen Bengtsan in Hawangen, Hawaiiangen bei Memmingen gehostet. Während der Vorbereitungsphase und im Foundation selbst habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht, wie ich von innen auf meine selbst gebauten Wände gelaufen bin. Davon habe ich jetzt genug. Ich habe meine Wände runtergefahren, meine Begrenzungen gelöscht, aufgehoben, neue Wahlen für mich getroffen und gehe jetzt wieder ganz als die, die ich bin, hinein ins Leben. Ich freue mich so drauf, für mich hat sich mein ganzes Leben verändert. Ich freue mich, euch bald zu treffen und wir planen hier schon neue Termine, neue Seminare zusammen mit Liesen und freuen uns da auch schon drauf. Bis bald!